So Leute, es geht weiter mit dem Body Time. Die ganze Zeit sehen wir mit den anderen Wochen, diese Woche richtig dran, jede Woche eine Muskelgruppe. Ihr merkt schon, unsere Lieblingsübungen manche sind immer schön zur Erwärmung. Jeder kann denken, wer braucht noch Dosisstütze. Und dann geht los. Müssten hier schön deutlich mehr werden, weil ihr seid ja schön warm, von gestern und vorgestern. Und partylos. Wenn nichts mehr geht, superman, durchatmen und dann superman. Arme hoch, Beine wieder hoch und halten, bis nichts mehr geht. Wenn ihr das nicht mehr halten könnt, dann kommt ihr hoch, eure Pause. Sie anziehen. Ganz locker, ich denke mal so 20 sollten drin sein. Wir haben hier noch ein bisschen Bauten drin, aber nicht ganz so schön. Okay? Und auch hier, auch wenn es brennt und ihr schafft nur wenige Crunches, auch nicht ewig lange zu halten, guckt, dass ihr 5 Minuten durchzieht. auch gerne mehr. Aber geht auch nicht über die Pausenzeiten von 30 bis 60 Sekunden hinaus, sondern die minimiert man. Auch wenn es hinten braucht es weniger hoch. Sportfreie, bis gleich. Aber das ist ja auch nicht der Grund. Vielen Dank.